Thomas Drexel lässt GZSZ hinter sich. In der deutschen Serie verkörpert der Schauspieler bereits seit 15 Jahren den Max Krüger alias Tuner. Doch jetzt macht er Schluss. Thomas steigt bei GZSZ aus. Emotional verabschiedet er sich von seinen Fans. Auch wenn ich gerne noch 15 Jahre geblieben wäre, kann ich verstehen, dass sich der Cast ändert und die Geschichten irgendwann einmal auserzählt sind. Mit seiner Figur und den Zuschauern erlebt er Höhen und Tiefen. Der Abschied vom Team und den Kollegen fällt dem Seriendarsteller nicht leicht. Wir haben zusammen gelacht und geweint. GZSZ wird immer ein Teil von mir sein. Vor allem die morgendlichen Umarmungen von der Crew vermisst er schon jetzt. Wo es nun für Thomas hingeht, weiß er wohl noch nicht. Aber seine Fans müssen sicher nicht lange auf einen TV-Auftritt verzichten.